heute werde ich euch zeigen wie man samsung bots mit dem samsung galaxy verbindet zuerst brauchen wir öffnen wir diese app wo auch jedes samsung voll installiert ist dann gehen wir auf dem erst einrichten wichtig ist aber vorher gps und bluetooth eingeschaltet einschalten dann gehen wir auf dem galaxy boots und boots plus dann auf zulassen hier gehen wir auf dem zulassen noch mal zulassen immer zulassen zulassen so wird gesucht in dem zeit wollen wir die boots raus beide also beide muss raus dann klicken wir hier eine seite in die mitte es wurde schon gefunden da sieht man hier klicken wir mal drauf starten ok mit galaxy boots kuppeln ja so telefon wird eingerichtet jetzt müssen wir noch mal zulassen zulassen dass die boards auf den kontakt dazu greift ja auf kalender ja anrufliste ja sms senden ja akzeptieren hier zu stimmen und dann hier alle apps das können wir später ändern weiter und jetzt muss man testen dann ein paar tipps wie man das am besten benutzt und beenden und schon ist es schon eingerichtet und jetzt hat man verschiedene möglichkeiten hier bei mir sieht man beide sind hundertprozentig geladen kann man hier umgebung geräusch ist bei mir eingeschaltet das will ich auch eingeschaltet haben eigentlich sehr gute funktion dann kann man hier erweitern gehen da und was ich sehr gut finde unter jeder einstellung ist auch eine beschreibung für was diese einstellung ist gehen wir zurück und hier ich habe 87 apps denn benachrichtig also ich schalte alles aus ich bin nur über telefonie benachrichtig werden das heißt ich gehe da unten auf dem telefon anrufe 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 anrufen anrufe anrufen und das war es je nachdem je nach dem bedarf kann man verschiedene apps einschalten oder auch in so einem fall alles einschalten lassen und dann zurück bei telefon benachrichtig voll lesen ja und schon ist das gerät eingerichtet ich wünsche euch noch viel spaß ich hoffe das hat euch gut gefallen wie gesagt ich benutze jetzt seit paar monate diese bots und bin sehr zufrieden mit dem ergebnis ist sehr eingenehm und sehr einfach zu tragen der qualität ist auch sehr gut ja wenn man hier auf den tipps geht sieht man auch die ganze tipps was man vorher gesehen hat bei anfang und ja viel spaß einfach ich wünsche euch viel spaß bis zum nächsten mal ja tschüss ja 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 ja